So und Herzlich Willkommen zurück bei KuchenTV mit Mr. Becker, den ich nicht mag. Hey, was soll denn das heißen? Nein, ich meine ja nur... Ja. Trick. Ich meine, ich... Sag's mir ins Gesicht. Sag's nicht. Ja. Ich sag's dir ins Gesicht, nein. So, ich mach ja jetzt gerade Nano-Russi und mir ist langweilig, deswegen hau ich gerade ihn ein bisschen. Ja. Heidi ist nicht mit dabei, weil er allen fressen ist. Nö, der fordert gerade noch mit und dann kommt er. Deswegen essen wir gleich Kuchen. Dann kommt er dazu, er stößt mit in die auch vier Kuchen oder wenig. Zu viel. Boi, ich sag dir jetzt mal eine Sache, die du baust. Oh ja, ich liebe es. Weißt du, wo du bist? Weißt du, wo du bist? Du, du bist schon... Nein, jetzt... Das war noch... Das war noch... Das war noch... Das war noch... Toll. Oh ja. Oh, zack. Hm. Ich liebe es. Oh ja, da, da drauf stehe ich drauf. Da stehe ich drauf. So liebte ich Steady. Oh, hab ich heute. Alter, ich geb dir gleich einen One-Shot. Okay. Okay. Dein Mal und ich tötete das. Mit meinem Brunnerbusch. Die Munition ist schon in der Röhre drinne. Wollen wir mal aufpassen, nur noch mal. Äh, wir haben keine Dias. Wer hat die Dias aus der Dosen? Ich brauche... Ich brauche... So, zwei Chests mag ich hier. Ein, zwei... Weil ich baue gerade schöne Hopper für unser Recycler, damit wir Messerbrickator haben, damit ich... Damit wir schon mal ein bisschen was haben, falls wir... ein Kilometer anstreben werden. Eisen. Wir haben nur Eisen. Achso, ich muss ja Iron einnehmen. Iron. Oh, davon haben wir noch wasch. Auch zehn. Alzelagersystem auf das Erdbe. So, nehmen. Und packen. Ich will erst mal den ganzen Kram hier markieren. Ich brauche eine Beschäftigung. Zack, und... Äh... So. Wer hat ja noch 18 Eisen. Nein. Dann muss ich bei mir eine Töte starten oder was? So, ob. Dann start mal eine Töte auf Diamanthöhe. Wenn ich Dingsterkohle habe, kann ich dies auch erfüllen. Oh, Gott. Ja... Und... Stolz. Danke. interessiert es röfsen ist geil und Adrien kommst du jetzt? ja ich öffne noch gerade ach ich muss noch zum Rökan gehen ach Adrien du sorry ich hab so viel Wasser getrunken mit Kapseln unser Lagersystem ist so überschnell so überschnell naja also auch die Arme gekostet sind schon viele aber es ist überschnell nimm dir jetzt ungefähr drei Overclocker später neun ey Eduard wie viele Werben musst du jetzt aufnehmen? Eduard nimm's halt auf du bist mit in der Schaufnahme drin doch bist du doch und ich geh jetzt zum Rökan denn AKW und so wollen wir schönes Kännis boah ich muss noch meinen Verkaufzeiten trinken jetzt hab ich auch Durst ach hier kriegt ja was Kakao ist geil nein Kaffee ist geil ich hasse Kaffee ich mag Kaffee dann bin ich super aktiv leck oh guck mal ich bin ich bin so schnell mit meiner äh was sag ich da Power Amor Hose da dass ich nicht mal die Chunks ich bin voll die Chunks geladen und leck oh guck mal hier sind oh Screenshot Screenshot ja mein ich ja und ich hab kein Essen da Apfel was denkst du ich hab 32 Brots ne jetzt hab ich Apfel hä was hab ich jetzt oh warum ist mein Inventar der habe ich gestern in der letzten Folge alles geleert oder vorgestern oder wann war immer es kann ja sein dass ich hier grad etwas in der Hand halte oh krass wir das an sich bauen warte mal kurz ich überleg gerade warum alles in meinem Inventar der ist weiß geklaut hab wo ist ja ein Vulkan ich geh ein bisschen eher zu farmen ich geh Wulkan suchen pschuh Alter wir haben null Vulkan in der Nähe oh Kohle 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 du trägt ach die kämpfen jetzt gegen die Skelatinos Quentin Skeletin ähm ja wieso lag das grad irgendwie so ein bisschen ja bei mir lag das auch ja ja das liegt anscheinend am Server ich ertrinke ich trage durch ich hab extra Gigabyte RAM dazu gebucht ja äh warum ist warum geht die Mining Turtle durch das Meer durch das ist voll verarsche ich bin gerade unter dem Meer und ich weiß nicht mehr wo es weiter geht gut wo es halt ne ah da oh hier ist so viel Zickero egal wie am Zuhause unten nein ich will da noch können wir irgendwie fast ich hab die Mining Turtle gefunden sie hat Kupfer weiß wie viele Blöcke hab ich ich bin ich bin mal nur so grad 2000 Blöcke wo uns zuhause entfällt irgendwie lag das voll ich kann nichts aufsammeln ich auch die Turtle liegt hier rum und da da ist sehr viel Sachen oh jetzt hab ich ich fink das liegt an die Turtle die Mining Turtle die keinen Namen hat was? ich hab ne Mining Turtle die keinen Namen hat da musst du Label Set machen und deinen Namen eingeben nur kein Bock nein da verliert sie aber nicht die Energie die ich sie schon hat also was schlägst du mich? ja ich? ich? ey du warte guck die ganze Zeit grad außen schlägt hä? das ist doch meine Turtle keine Ahnung wen die Shuttle gehört oh ok ich glaub wir haben null Vulkanen hier aber das hier sieht echt geil aus die ich grad gefunden hab screenshotten ich brauch endlich Diamanten du hast lol wo bin ich? was ist denn los? du holst mir jetzt Dias ok nur erstmal wollte ich wissen was ich ja hola willst du mich verarschen? nein lass mich ich hab AIMBOT AIMBOT ok ich geh einfach mal wegfliegen du holst mich sowieso nicht ein Flucht Flucht schneller halt ja klar aber wie ein bisschen was ist gut haa naa da bin ich grad ins Foto gekommen und wieder kurzzeitig aneck und obba soe, 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 soe.... ja, Es gibt gar keinen Sinn dass es lag egal ich hab sogar extra geuckei mit dran von die Treiber oder um an stoppen was steht ja es war für sich die Arbeit oder so 2000 840 und habe ich auch bezahlt für das macht Spaß in einem neuen Kakao trinken ein weil er bei der Holzkohle machen nein weil ich weil mit Robber kann man Robberbäume kann man richtig Holzkohle machen richtig geil ja das wissen wir sehr gut na wir brauchen jetzt aber endlich bauen wir einen Elektrolyzer wäre ich? ja aber wenn wir Robberbäume fällen aber immer von ganz oben aus also bei mir liegt das kein Stück oh ein Apfel ham ham so ham ham machen da muss ich ne lustige Geschichte erzählen und zwar ähm ich war so letztens so am See ich war so letztens so am See obwohl so Freitag mäßig ach wirklich? ja und dann waren halt so Verwandte dabei und ähm eine so so mit meinem Onkel ist halt mit einer Vollendin verheiratet und die kann halt kein Türkisch und dann war auch noch ne Verwandte dabei die kann halt nicht so gut Deutsch und dann meinte die Vollendin so mit so ham ham machen ham ham das war extrem lustig ja wir haben kein Robber ich hab ich hab ganz viel Robberboot das kann ich ja ein bisschen was abgeben in den Extraktor so ich hab schon alles dafür außer Robber ja Ofen Ofen wie heißt nochmal Ofen auf Englisch? ähm Fönitz oder Fönitz was willst du denn bauen? ich Holzkohle ja benutzt auch ihr den endaktischen Ofen da kommt doch keine Holzkohle raus aber der Extraktor braucht so lange ich hab ab doch wirklich? aber ich will keine Energie verbrauchen das ist viel besser mit der Schmach viel Umweltbewusstsein ich weiste 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 so und acht da hin so jetzt haben wir gleich vierundsechzehn vierundacht vier wiederher 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 ja was soll das geile Lagersystem ich bin fast tot so ein bisschen Kohle liegt auf dem Lager ist das nicht der Portal kaputt? nein, zum Glück nicht es hat ganz jetzt ist es kaputt jetzt bin ich im Neton es ist aus ja wie komm ich jetzt wieder rein? ganz einfach ich hab hast du ein Feuerzeiger gesehen? nein ich dachte du hast mein Feuerzeug ach, steh mal am Feuerzeug ich hab in der letzten Folge alles Alter, hör auf nicht zu beballern Spaß Spaß oh, er hört nicht auf er hört nicht auf Tato du kommst da hin und ich suche jetzt in eine andere Richtung nach einem Vulkan such nach Diamanten sucht du selber nach Diamanten? nein aber dann ist das zu faul ähm die Quelle endlich anzuschmeißen beziehungsweise ich oh Gott warum werfen die Quelle nicht an? und er noch krass wieso ist das Liter Portal aus? Alter das leckt so gerade ich glaub weil ich ach vielleicht weil ich alle Chunks laden lasse ach fick dich Alter ich kann nix abbauen ich bin ja im Meterbau die ganze Zeit Erze ab es passiert gar nichts und die explodieren einfach obwohl ich nicht mal was abgebaut hab Looooooi kannst du auch nix abbauen? Nö Loi es ist plötzlich der Gas tot dann lass ich mal die Chunks nur holen haben Alter alter das ist ja schlimmer als auf einem Hamachi Server ohne Internet ja das stimmt ok ich lass mal ich hör mal lieber warte mal ich guck mal ich geh mal Nitrado rein und guck mal welche Auslastung der Server gerade hat over 9000 meine Server ja CPU Auslastung 100% ah es hat aufgehört zu bleiben danke dass du die Chunks in Ruhe gelassen hast ach du scheiß ok es sinkt so rasant ab das ist nicht mehr normal ja du warst kurz ok mal gucken na ja Schweine Ritter ach du scheiß hat jetzt ein Akku geworden ich glaub wir müssen mehr RAM anfordern kann das scheinen noch mehrere aber das kostet ja das kostet aber 5 Euro mehr vergiss es ja wir haben eh sowieso kein der läuft nur noch ein paar Tage ne muss echt jeder wissen ne ja also die Schweine Ritter ne jeder greift mich an gerade so ich lass jetzt die Chunks ich bin wieder weg alter kein Essen dabei vor der Wind es weckt nur noch ganz kurz wieder weil ich nur mal nach Hause fliege der greift mich an Spaß manche greifen mich an manche greifen mich nicht an ich hab kein Essen dabei wo geht's zurück meine greifen mich an andere nicht wo geht's zurück ich will nach Hause kauft mir mehr Kuchen und jetzt noch mal alle Chunks da anlassen wie Alter wie fängt es mir an zu lenken ein an ich hab ein halbes Herz ich hab ein halbes Herz ich hab ein halbes Herz die Schweine überpower diesen overpower ich bin gleich zu Hause welche Hölle hat sich Obsidian Sticks gecraftet das bin ich blöd oder so blöd ah die hat mir zwei Obsidian gegeben weil er sie nicht braucht ah ich gesagt mach ich mir daraus Sticks das war lustig da waren zwei Kühe die muss ich erstmal tönen wo geht's nach Hause ich brauche jetzt auch die Koordinaten so wie ich so wie ich die Koordinaten Seid ihr zu blöd euch Waypoints zu setzen? Fragezeichen das hat mich beballert sie es ist schneller mein Jetpack ist bald leer sie bitte ich lass dich jetzt auch ein bisschen schmoren so ich ess jetzt was in ganz benötlicher Ruhe ich hab die ganze Kohle geklaut ey nicht nein nein du darfst nicht die ganze Schalkohle nehmen nö ich werfe sie jetzt in die äh hier Sterling Engine ach so gut aber bitte nehmen nicht alle weil wir brauchen noch welche für die ähm ne Tötter da ja ich hab das da um komm mal Adi ich brauch das um die Energy Cell zu füllen noch ah da da wenn ihr euch die Quelle finanziert wird alles ach guck hier setzen wir erstmal Waypoint Waypoint ach 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 verdammt ach verdammt äh was haben wir denn hier ok Tee wow wo sie das muss? 19 wie war das denn nochmal? 93 62 producer und der consumer eben auch beides stimmt und dann nochmal die Energy Bridge bitteschön Adrian bitteschön Adrian sorry war grad gemutet danke hmm G jaja rauch ich mir wirklich keinen Hobbes бизнес oder? äh hast du es verstanden? nein hast du es? Qualität? oh herrlich herrlich Alter ich vorliehe jedes Mann Fallschaden herzen jetzt habe ich noch ein ich darf kein verstanden mehr bekommen so ich bin jetzt bei minus 19 ich bin nur 70 blöcke zu hoch das problem das ist ein Problem um wo geht es zu sein ich kann es noch mal schreiben schnell bitte schnell ja wo ist 62 wo geht es um 62 das ist Y also 62 sind schon mit dem Faschen wir verlaufen die Verlust und schreit den Koordinaten von Unruhe Nein! Ich bin zu ehrlich. Ich amüsier mich. Ach so rechts guckst du hin? Oh. Guck mal auf F3. Ich bin mir doch viel zu faul. Minus 19. Was kam dann? Ich werde sowas von krepieren. Naja, mein Jetpack hat noch 10.000. Plus 39. Wohin muss ich dafür gehen? Nicht dahin, ich muss dahin gehen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Schneller! 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 Und wie sieht's mit dem AKW aus? Ja, voll okay. Oh, guck mal, 50 wie ein 50-Scrap. Äh, Eduard, wie lang wird die Folge eigentlich? Noch mal 20 Minuten, wie jetzt? Ist es schon 20 Minuten? Ich bin schon seit 15 Minuten hier. Lala! Lala! Ja, dann mach ich eben die Energy Bridge später. Naja, wir sehen uns dann später. Aber ich schenke den TV auch. maybe das schon bei der racinen Ecke. Und dann mein Herz. Aber ich schenke den TV auch noch mal. Wir sehen uns dann, wenn die Clouds zuerstellen.